Hallo, ich bin David. Hallo, ich bin Karlen Kunze. Ich bin Schülersprecher am JTFG und auch Mitglied der SMV. Als Schülersprecherin engagiere ich mich auch in dieser Schule. Die SMV ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass an der Schule ein bisschen neben dem ganzen Schulstress ein Gemeinschaftsgefühl zwischen den Schülern auftritt. Das machen wir beispielsweise unserem Schulmerch. Da haben wir einen Wettbewerb draus gemacht, das heißt jeder Schüler konnte seinen Designvorschlag einschicken. Es hat uns mega Spaß gemacht zu sehen, wie kreativ unsere Schüler sind. Wir haben es geschafft haben, die erste Reihe Hoodies zu produzieren und uns auch sehr freuen auf neue Merge-Ideen und die umzusetzen. Wir versuchen die Schulgemeinschaft zu stärken, beispielsweise durch den Faschings-Ball, an dem wir immer ganz viel Spaß haben, Süßigkeiten, ganz viel Faschings-Schlager und natürlich auch vielen anderen Aktivitäten. Zudem haben wir auch während Corona versucht Weihnachten aktiv zu sein, und haben zusammen mit der Schulleitung und dem Kollegium einen Online Adventskalender gehabt, bei dem auch einer unserer coolen SMV-Modings verlost wurde. Wir machen außerdem am Ende des Jahres immer ein Fußballturnier und auch eine Projektwoche, wo Schüler halt ihre Ideen einfach bei uns einreichen können, sind auch gerne eingeladen wirklich dazu, um dann wirklich mit Interessenten diese Projektidee dann auch umsetzen zu können. Wir freuen uns, wenn auch du zu unserer Schule kommst und vielleicht, wer weiß, bist du bald hier an meiner Stelle als Schülersprecherin oder Schülersprecher da. Falls Ihre Tochter oder Ihr Sohn interessiert sind oder vielleicht schaust du das gerade auch an, also falls du interessiert bist, kannst dich gerne bei uns melden und jetzt will ich euch auch gar nicht mehr weiter aufhalten und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest des Heckvorabends.